Konnichiwa und willkommen zu den wöchentlichen Anime News. Heute mit neuen Trailern zu Isekai Cheat Magician, Danmachi und Food Wars sowie einem Starttermin zu My Hero Academy. Mein Name ist Mille und was sich diese Woche noch so alles in der fernöstlichen Anime-Welt getan hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Letzte Woche berichtete Firo darüber, dass eine neue Staffel Food Wars erscheinen soll. Nun wurde ebenfalls ein Visual sowie ein zweiminütiger Trailer zur im Oktober erscheinenden vierten Staffel veröffentlicht. Auf dem Twitter-Kanal des originalen Anime-Films Hello World wurde nun ein Video veröffentlicht, in dem weitere Synchronsprecher samt Rollenbesetzung enthüllt wurden. Der Film selbst erscheint allerdings erst am 20. September. Zum neuen Anime des Yokai Ningen Bam Franchise ist nun ein neuer Trailer erschienen, der gleichzeitig auch das Release-Datum beinhaltet. So lautet das neue Werk B.E.M. in großen Buchstaben geschrieben und startet am 7. Juli 2019. Auf der offiziellen Webseite des unersprechlichen Animes Tsoujo, Kougeki ga Sentai, Kougeki de Nikai, Kougeki no Okasan wa Tsukidesuka wurden vor kurzem einige neue Charakter-Videos sowie ein Starttermin bekannt gegeben. Außerdem wurde enthüllt, dass die Gruppe Spira Spisa das Opening performen wird. Die Serie startet am 12. Juli und ich hoffe, dass ich diesen Namen nie wieder mehr vorlesen muss. Am 17. Juni haben die Verantwortlichen zu Danmachi einen Livestream abgehalten, in dem unter anderem auch ein neuer Trailer zur zweiten Staffel enthüllt wurde. Außerdem kann man im Video dem Opening Hello to Dream von Iguchi Yuka lauschen. Kommen wir mit Fire Force direkt zum nächsten Trailer. So wurde ein weiteres Promo-Video veröffentlicht, das nicht nur ganze 2 Minuten Videomaterial enthält, sondern auch das Opening und Ending des am 5. Juli erscheinenden Action-Animes beinhaltet. Vorletzte Woche erst berichteten wir vom Starttermin von Isekai Cheat Magician. Nun hat der Publisher nachgelegt und es wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der außerdem das Opening des Fantasy-Animes zeigt. Please Take My Paper Away ist ein chinesischer Comedy-Web-Manga, der schon 2 Anime-Staffeln erhalten hat und nun wurde auch noch die 3. Staffel mit 12 Episoden angekündigt. So wird die Handlung größtenteils adaptiert, der Anime erhält aber auch eigene Geschichten. Starttermin ist der 7. Oktober. Kommen wir nun noch zur Neuigkeit, auf die ihr alle gewartet habt. Auf der offiziellen Seite des My Hero Academia Franchise wurde ein neues Visual sowie ein neuer Trailer zur 4. Staffel veröffentlicht. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Fortsetzung am 12. Oktober starten soll. Seid ihr schon gespannt auf die Staffel oder geht der Hype eher an euch vorbei? Schreibt es in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit den neuesten Neuigkeiten aus Fernost. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oder ein Abo dalassen und auch mal bei unseren Social Media Accounts vorbeischauen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und wie immer, schaut nicht zu viel Hentai.